Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummero 106 der Satanischen Musikagenda, der Sendung und den Sendeformat bei YouTube und im Internet, wo wir versuchen, euch als bibeltreue Christen da letzten Endes euch die Verweise zu geben, dass diese Welt tatsächlich von Satan regiert wird über seine Medien, sprich Bücher, Filme, Radio, Musik, alles Mögliche. Und das machen wir anhand erstmal recht unverdächtiger Gruppen oder Künstler, wie jetzt hier im vorliegenden Beispiel bei David Bowie, wo wir in der Folge Nummero 13 angelangt sind. Und hierzu begrüße ich dann meinen Freund und Mitstreiter, den Jörg. Moin, moin. Oh, Folge 13. Schon wieder so eine Nummer. Das passt ja immer zu solchen Leuten. Ja, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Fang mal an. Ja, ich fang mal an. Wir haben ja letzte Folge aufgehört. Und ich möchte jetzt wirklich, dass das die vornetzte Folge wird, dass wir im Anschluss dann die nächste Folge machen. Und dann ist dieser Kerl abgefrühstückt, weil irgendwann wird es echt mal für mich jetzt auch uselig, mich dauernd mit David Bowie beschäftigen zu müssen. Aber interessant ist eher das, mit wem er zu tun gehabt hat. So weniger seine Musik oder seine Texte, sondern mit dem er da zu tun gehabt hat. Und das haben wir beispielsweise jetzt hier in dem Skript aus Seite 507. Da haben wir unter dem Bono von U2 stehen. In den 90er Jahren produzierte Brian Inu. Um den geht es immer noch, weil Brian Inu für David Bowie Musik gemacht hat. Das heißt, er hat nicht nur damit produziert, sondern er hat letzten Endes auch für ihn da beispielsweise die Musik geschrieben, also die Noten geschrieben für I'm Deranged. Also das Titelstück von David Lynch, Lost Highway. Also alle haben dieselbe Agenda. Alle machen es auf dieselbe Art. Der eine kann besser texten, der andere kann besser Musik schreiben. Der nächste kann halt besser Filme drehen. Und er hat jetzt eben hier 1994, 95 mit David Bowie wieder zusammengearbeitet an dessen Album Outside. Und in dieser Art, dieser Zeit war Brian Inu, jetzt muss ich mal langsam runterkommen hier. Ich habe jetzt heute nicht viele Stunden in diesem Skript gesessen. Ich weiß gar nicht, fünf oder sechs. Auch Visiting Professor am London Royal College of Art. Royal heißt königlich. Ja, die Könige der Welt haben dann unsere Peterhure getrieben und die Kaufleute sind dann reich geworden dabei. Und daher kommt diese ganze Verbindung mit dem Royal College. Und das sind alles Künstler. Die einen sind halt Maler, die anderen sind Drehbuchschreiber. Wir kommen da gleich hin. Das wird echt eine totale Tour de Farce heute und morgen. Oder Tour de Farce. Tour de Farce ist was anderes. Tour de Farce. So, 1994 wurde, das wissen wir schon, Inu halt auch dann zum Beisteuerer von der Musik von Windows 95. Das ist jetzt nicht wichtig. Aber wir haben jetzt Querverbindungen hier. Guckt mal da auf der nächsten Seite. Wer läuft uns denn da über die Füße? Brian Inu gründete Anfang 2004 gemeinsam mit Peter Gabriel die Magnificent Union of Digitally Downloading Artist. Mutter. Deine Mutter. So, und das ist jetzt für mich jetzt nicht so großartig spektakulär. Ja, aber Brian Inu hat halt auch eine ganze Menge zu tun eben mit Peter Gabriel. Übrigens auch mit Robert Tripp. Mutter oder Buddha? Nein, nein, Mutter. Oder ist das die Mutter vom Buddha? Du hast ja aber auch wieder einen Clown gefrüscht. Also, wenn da Mutter steht und dann, die sind ja alle so New Ager und auf Indien und so, wie die Beatles damals. Da muss ich an Buddha denken. Da muss ich ja nur einen Buchstaben vertauschen. Die Mutter vom Buddha, ne? Ja, ja, aber Peter Gabriel hat noch was mit David Brüe gemeinsam und zwar auf dem nächsten Bild. Was singt der denn da? Heroes. Heroes. Ja. Das ist interessant. So, außerdem ist der Brian Inu, den sollte man nicht unterschätzen, diesen Menschen, Co-Produzent von Paul Simon, von Simon und Garfunkel. Also, dieser Typ ist sehr, sehr, sehr umtriebig und sehr, sehr breit aufgestellt. So, und wenn man denkt, ach ja, Brian Inu, der macht ja eigentlich als selbiger nur so ein bisschen so Instrumentalmusik. Tja, aber warum macht er die denn? Es folgt ja demnächst eine Sendung über Instrumentalmusik und da werden euch dann die Ohren glühen wahrscheinlich. Der hat beispielsweise 2006 eine DVD rausgebracht, die heißt 77 Millionen Zeichnungen, die mit einem generativen Computerprogramm erstellt worden sind. Und so weiter und so fort und die basieren auf realen Bildern und dann durfte er eben diesen Computer benutzen, um eben quasi sogenannte Originale dann drüber zu legen und so weiter und so fort. Also, der Typ ist Künstler noch und noch und auch Videokünstler. So, und dieser Typ ist extremst umtriebig und wir kommen da gleich zu, weil in 2006 hat er auch gearbeitet für die Band Coldplay und zwar bei dem Album Viva La Vida oder Tod und alle seine Freunde. Und da sind eine ganze Menge sehr, sehr seltsame Titel drauf, über sehr, sehr blutdrückstige Geschichten. Hallo Alexander, da ist nämlich auch der Verweis zu der Frage, die du letztens kamst. Wenn du schon weißt, dass dieses Album von Brian Eno produziert wird und die Band Coldplay heißt und dann, ja, Viva La Vida, also Hochlebe das Leben, ja, oder Tod und alle seine Freunde heißt, dann dürftest du genug wissen, um zu wissen, dass dieses Album halt vor eindeutigen Zweideutigkeiten und satanischen Musikagenten nur so strotzen dürfte. Da brauchen wir, glaube ich, noch nicht mal großartig in die Texte zu gehen. Also, Brian Eno, ganz große Alarmsirene, bitteschön. So, U2 haben dann mitgeteilt, dass 2007 eben genau der Brian Eno mit Daniel Lenoir, Hallo Peter Gabriel, zusammen ein neues U2-Album aufgenommen hat in Marokko. So, also, die ganze Geschichte reiht sich mittlerweile auf. King Crimson, Peter Gabriel, Genesis, Robert Fripp, Brian Eno, U2, Coldplay und so weiter und so fort. Alle kennen sich und alle haben irgendwie miteinander zu tun, ja. So, und er macht hier so Sound- und Lichtfestivals, Lichtshows sind natürlich eine Reminiscenz, wenn die Nacht stattfinden, an denjenigen, der, ne, Lucifer eben heißt, den angeblichen Lichtträger. Das ist ja mittlerweile ja nicht mehr so spektakulär, aber warum ich das jetzt sage, ist, dass er eben da eine ganze Menge Kunst darin reinmacht. Und das sieht erstmal nicht spektakulär aus. Spektakulärer ist das eben, wenn man so die Zwischentöne da so ein bisschen mit sieht. Also, er ist ja auch politisch beispielsweise aktiv und hat eben diese Bewegung Demokratie in Europa 2025 gegründet. Das ist ja toll, brauche ich nur noch fünf Jahre zu warten, um zu wissen, dass er dann letzten Endes da sicherlich nicht das macht, was er dann vorher, naja, gut, aber das ist eine andere Baustelle, nicht meine Baustelle. So, was ist denn jetzt auf der nächsten Seite? 77 Millionen Paintings, also 77 Millionen Pinselstriche oder 77 Millionen, ja, was auch immer, ja, Bildmalerei. Naja, das ist halt eine Vision, die er hatte, ja, und diese ganzen Geschichten sind jetzt mittlerweile für den kommerziellen Gebrauch in Krankenhäusern erlaubt worden. Ja, und das seht ihr auf der übernächsten Seite jetzt eben. Da seht ihr so eine Installation von acht Monitoren auf der Ecke oder so über Eck als Diagonale aufgestellt. Ja, und damit soll also mit Licht und Ton spielen sozusagen mit seiner Musik und den ganzen Nicht-Effekten da, ihr seht da so Kreuze und Aquarelle sozusagen, da soll dann eben so Wohlbefinden und Wellness und so weiter mit Krankenhäusern. Also damit werden dann Menschen dann hoffentlich dann auch gesünder, anstatt halt da mal, keine Ahnung, die Menschen mal halt rauszufahren, in die Natur zu fahren, werden die halt da einer künstlichen Welt vorgesetzt. Und das ist eine interessante Geschichte, damit kann man viel Geld verdienen im sogenannten Gesundheitssektor. Also das Ding heißt immer noch Krankenhaus und nicht Gesundheitshaus, aber das heißt ja mittlerweile auch Gesundheitskasse und nicht mehr Krankenkasse. Also man sollte diese ganze Beeinflussung, die da stattfindet, um die Menschen auf eine virtuelle Realität sozusagen dahin zu stoßen, nicht unterschätzen. Das kann man mit Musik und Ton und vor allen Dingen beides zusammen, kann man extrem virtuelle Realitäten erzeugen. Jeder, der kleinen oder der Teenies heutzutage oder die Leute, die vielleicht ja schon über 20 sind, können da wahrscheinlich nicht von singen. Wenn die halt völlig abgegangen sind bei irgendwelchen komischen Computerspielen, muss sie dann irgendwie nach einer halben Stunde die Zeit vergessen haben. Also das ist eine ganz gefährliche Kiste. So, und er ist eben extrem umtriebig. Er hat gemacht Ultravox, David Bowie, Talking Heads, U2, dann Depeche Mode, ja, so ein paar Mixe für die zumindest. Philipp Bohr mit seinem Album Gott, das spricht, glaube ich, für sich selber. Dann halt Filmmusik von dem Film Trainspotting, dann Paul Simon, Coldplay, ja, und so andere Sachen, die wir jetzt hier nicht haben. Beispielsweise auf der nächsten Seite. So viel mal eben zu den Dingen, die wir nicht bemerken. Das hier ist ein Aston Martin Vantage. Das ist ein sehr, sehr, sehr teures Auto. Und dieses Fahrzeug wurde vor ein paar Jahren auf dem meistgeschauten Kanalformat im Fernsehen, sobald ich jetzt, glaube ich, weiß, zumindest im englischsprachigen Raum gezeigt. Und zwar bei der BBC, das Format heißt Top Gear. Das ist eine Sendung, die, ich glaube, so eine Zuschauerschaft hatte von ungefähr einer Milliarde. Und da werden also dann so Autos vorgestellt und Fahrberichte gemacht. Und unten drunter seht ihr jetzt hier den weltbekannten Moderator namens Jeremy Clarkson, der da rausgeflogen ist nach einer Handgreiflichkeit oder nach einem komischen Zusammentreffen mit jemandem. Und sein eigenes Format mittlerweile, glaube ich, auf Amazon Prime oder so heißt, das heißt The Grand Tour. Darum geht es aber gar nicht. Ich habe diese Sendung früher auch verfolgt, weil diese unheimlich visuell, wenn man oben dieses Auto nochmal sieht, ja, wenn du das eben nochmal einblenden könntest, ja, unheimlich toll gemacht worden. Mit Überblendungen, mit diesen schwarz rumlaufenden Randfiltern da. So, und was haben die da gemacht? Die haben drei Minuten lang, drei Minuten 55, dieses Auto vorgestellt. Und dieses Ganze ist hinuntermalt von der Musik An Ending, also ein Ende von Brian Eno. Das heißt, seine Musik wird von der BBC benutzt, um, wenn man so will, Produkte zu besprechen, so im Hintergrund, um die Menschen zu beeinflussen, um das halt alles dann so richtig schön. Und die Musik ist wirklich toll, ist gar keine Frage, ja, da muss man ihm wirklich, das muss man wirklich zugestellen, das ist so. Ja, aber so viel mal dazu von Leuten, die man vielleicht überhaupt nicht kennt, denn wer ist jetzt bitte schon Brian Eno? Und Menschen, die eine gewisse Agenda haben und wo die alle dann vertreten sind und das ganz unbemerkt eben bei Product Placement oder jetzt hier bei einem Riesenformat. Wie gesagt, er erreicht mit dieser Musik Milliarden, wir reden da nicht mehr von Millionchen, wir reden darüber Milliarden. Und er wird natürlich im Abspann dieser Sendung auch erwähnt. Ja, so viel mal eben bei dem Ausflug von Brian Eno. Und wir kommen sicherlich noch in der einen oder anderen Folge noch auf ihn zurück. Wie gesagt, er hat auch mit Peter Gabriel zusammengearbeitet. Und er war bei Roxy Music. Und er kennt natürlich Amanda Lea, ganz wichtig. Nee, das ist ein Spaß. So, jetzt machen wir erstmal weiter mit David Bowie. Nee, wie gesagt, das ist alles so Sachen, wer hätte jetzt beispielsweise von euch vorher gewusst, dass ja über eine Milliarde Menschen Top Gear gucken und dass da eben Musik von Brian Eno benutzt wird. Ich meine, das ist alles ganz unterschwellig. Aber so läuft die ganze Geschichte. Er verdient richtig Geld damit, um Illusionen im Krankenhäusern zu verkaufen. Und er wird dann halt für Product Placements und für Werbung dann benutzt, diese Musik. So viel mal zu, Instrumentalmusik ist völlig harmlos. Ja, denkst du. Da gibt es nämlich eine ganze Menge Tricks, aber die kann ich jetzt noch nicht, da kann ich jetzt nicht auf eingehen. Ich möchte jetzt gerne mit David Bowie weitermachen auf der nächsten Seite. Da gibt es wiederum eine Geschichte, die so einige Leute erzählt haben, unter anderem auch David Bowie, die jetzt nicht so super, hyper spektakulär ist. Es geht um ein Chateau d'Eroville, wo eben das Plattenformat Low, also tief, L-O-W, aufgenommen worden ist. Und da gibt es eben mit seinem Produzenten, damaligen Produzenten, 1999 ein Interview mit Tony Visconti, der übrigens auch, wenn ich richtig im Kopf habe, Querverbindungen zu T-Rex, Mark Bolin hat. Tja, und wer hat die noch? Wer ist noch mit David Bowie und Mark Bolin? Tja, das war unsere weiße Hexe, Wallys M-Lock. So, und der hat nämlich dann damals gesagt, dass dieses Album Low 1976 doch irgendwie so ein bisschen verhext war. Ja, denn David hat dann zu dem Schlafzimmer gesagt, nee, nee, also hier schlafe ich nicht, hier ist eine komische Energie drin und das ist irgendwie so ein bisschen verhext. Und ja, also da hat man irgendwie gesagt, das ist alles ganz seltsam. Und dieser Producer Tony Visconti sagt Folgendes, er hätte gelesen, dass Buddhisten in Tibet meditieren und zwar die ganze Nacht in einem Friedhof, ja, um ihren, ja, um ihren Angstlevel dann irgendwo so zu testen. So, und derjenige, der tibetanische Heilige in Anführungsstrichen, ja, Milarepa, ja, der saß auf dem Körper seiner toten Mutter die ganze Nacht und hat meditiert. So viel mal zu Künstlern, irgendwo Scun and Bones, 322, irgendwelche ganz komischen Riten, Meditation, Beatles, Maharashi, Mahesh Yogi, alles irgendwo dieselbe Kiste. Irgendwo Moditation, Selbstversenkung und möglichst selber in einen Zustand der absoluten Glücksseligkeit kommen, mit am besten nichts tun. Also mit am besten auf sich selber zu konzentrieren. Und das ist ja eben auch diese Selbstzentrierung, dieses Ego-Prinzip. So, und er sagt jetzt, sprich jetzt hier der Producer Tony Visconti hat gesagt, dass Brian Inu hat gesagt, er war also ganz früh wach und irgendetwas hätte seine Schulter berührt. Und als er aber seine Augen geöffnet hat, war niemand da. Da bin ich ja sehr beruhigt, dass es so war. Ja, nur wie gesagt, das sind jetzt hier alles Interviews von Leuten und ich habe jetzt einfach nur der Vollständigkeit halber erzählen wollen. Das sind noch nicht die wirklichen, richtigen Sachen, die jetzt kommen. Auf der nächsten Seite seht ihr das Plattencover von David Bowie Lowe. Das ist 1976. Ja, immerhin Nummer zwei in England gewesen, Nummer elf in den USA. Egal, was der Mann angepackt hat, ja, das war immer, das hat immer richtig Umsatz gemacht. Das ist ihm immer richtig angekommen. Also, der Mann war wirklich ein Star, sozusagen. So, ja, beispielsweise bei dem Lied Warschau, Warszawa, sechs Minuten siebzehn. Ja, gucken wir uns das an. Wer hat das geschrieben? Na, die Musik Bowie und die Texte Inu. Woher weiß ich das? Weil, wenn ihr mal schaut, wer denn da die Musik geschrieben hat, steht hier drauf, alle Lieder sind von David Bowie, außer gebrochenes Glas, nämlich von Bowie Davis Murray und Warschau, Warszawa von Bowie Inu. Der Erstgenannte schreibt die Musik, also sprich die Noten. Der Zweitgenannte bei jedem Titel macht die Texte. Das heißt, die Texte, die jetzt hier kommen, sind von Brian Inu. Und die sind nicht in Deutsch oder in Englisch, sondern in der Kunstsprache sozusagen Esperanto. Nein, bitte denkt jetzt nicht an einen gewissen seltsamen Typen, der jetzt immer so benannt wird als die Mutter allen Übels. Den nenne ich jetzt auch hier extra nicht. So, und deswegen kommen jetzt hier so ganz komische Wörtchen. Und das macht doch alles irgendwo keinen Sinn. Ich kann da zumindest keinen drin erkennen. Ja, man sieht aber jetzt damit, dass es hier nicht darum geht, um irgendetwas Positives oder Sinnvolles zu machen, sondern es geht halt einfach darum, irgendwo irgendeine Message da loszuwerden. Ich wollte es halt einfach nur mit der Vollständigkeit halber mal erwähnen, dass eben der Inu nicht zu unterschätzen ist, wenn der jetzt schon mit Esperanto da rummacht. Ich will nicht wissen, mit welchen Dingen der sich noch beschäftigt. Also ich ahne ja schon einiges, aber wir werden es vielleicht auch noch rausfinden. So, soviel mal dazu. Also, David Bowie, Brian Inu, auch ein so ganz komisches Gespann. Und Iggy Pop hat jetzt auch noch die Background-Vocals gemacht, also die Hintergrundstimmen gemacht. Also alle kennen sich untereinander und jeder hilft dem anderen. Und alle zusammen versuchen dann halt eine tolle Meditation oder eine tolle Inspiration zu haben. Und ihr seht jetzt hier auf dem letzten Foto unten drunter, seht ihr jetzt so einen dieser Session-Räume da. Und ja, das sieht halt alles ganz normal aus bis jetzt. Aber es gibt ja noch andere Interviews. Und zwar wird jetzt eben dieser Visconti gefragt. Ja, es war eine ganz seltsame Energie in diesem Chateau. Am ersten Tag hat David in den Hauptschlafraum geschaut und gesagt, nee, nee, also hier schlafe ich nicht. Und das hat, dieser Hauptschlafraum hat eine sehr dunkle Ecke direkt rechts am Fenster, ironischerweise und so weiter. Und das sieht so aus, als wenn es das Licht aufsaugt. Und es war auch kälter an dieser Ecke. Also man darf jetzt nicht vergessen, die Leute sind nicht normale Menschen. Also die haben da eine gewisse Sensibilität, die eventuell auch dann halt aus anderen Gründen besteht. So, ich habe jetzt einen anderen, ich habe jetzt den Schlafraum genommen, denn ich wollte eben meine Meditationsfähigkeiten testen. Ich habe nämlich eben gehört und so weiter. Da erzählt er dasselbe, was wir jetzt schon wissen. Ja, und der Herr Visconti, der wird jetzt gefragt, ob es denn noch alternative Texte gäbe. Und da hat der Visconti gesagt, ja, ich erinnere mich, dass David Bowie einen dritten Vers über immer, fahre ich, immer crashig in dasselbe Auto geschrieben hat. Und zwar hat er ihn im Style von Bob Dylan geschrieben. Hallo. Gender Agenda Nummer 13. Ah, satanische Musikagenda. Ja, und es war ein bisschen ausgeflippt, denn Dylan hatte gerade einen Motorradunfall gehabt und das war ein bisschen schlechter Geschmack irgendwo. So, und es gibt also auch dann irgendwo noch Geschichten über angebliche UFO-Crashe und so weiter und so fort. Also UFOs existieren, weil UFO heißt, ist alles, was ich nicht identifizieren kann. Wenn mein Hund aus dem dritten Stock seinen Napf umwirft, dann ist das für jemanden, der einfach nur rausgeht, ein völlig unidentifizierbares fliegendes Objekt, nämlich dieser Napf. So, und damit habe ich genug zu der Geschichte gesagt. Ich weiß nicht, was da abgeht. Ich weiß auch nicht, welche aufhellenden Geschichten da, Substanzen da genommen wurden. Ich weiß es nicht. Aber das ist auch nicht das große Ding her. Ich wollte es jetzt einfach nur mal sehr vollständigkeithalber sagen, dass eben nicht nur David Bowie jetzt derjenige ist, sondern auch Brian Eno erzählt hätte, er hätte da schlecht geschlafen und so weiter. Also es kommt nicht nur von einer Quelle sowas. So, und jetzt können wir direkt zur Seite 521 hüpfen. Ja, UFO-Magazin interviewt jetzt nicht den Tony Visconti, sondern auf dieser Seite David Bowie direkt. So, er wird gefragt, David Bowie, auf Seite 521. Es gibt viele Gerüchte oder es gibt viele Gründe, die eventuell zu dem Umzug nach Berlin jetzt irgendwo da zugetragen haben und so weiter und so fort. Und, naja, also er hat jetzt gesagt, okay, ich bin nach Berlin gezogen, weil ich war fast pleite. Es war ganz leichter zu leben. Es war halt ganz easy und ganz, ja, wie soll man das sagen? Es war halt so ganz, ja, also in deinem Skript ist es, glaube ich, eine Seite weiter. Ich weiß jetzt nicht, warum es bei dir immer eine Seite weiter ist. Ich weiß nicht. Ja, genau die Seite. So, es war halt einfach günstig zu leben. So, und er hat gesagt, seit meinen Teenagerjahren bin ich also total besessen von der Angst, ja, und der Arbeit von Expressionisten und von Künstlern und von Schauspielern und Filmmachern. Und Berlin war ihre spirituelle Heimat, ja. Das war Beispiel die Brücke-Movement, Max Reinhardt, Brecht und wo? Metropolis, das ist nämlich das, wo ich über eine neunteilige Serie gemacht habe, nämlich genau dieser Film, der über einen durch satanische Beschwörung sozusagen und durch die Opferung einiger Körperteile und durch die Hinzunahme von Strom eben da ein sehr, sehr seltsames Drehbuch geschrieben worden ist und Buch geschrieben worden ist von der damaligen Ehefrau von Fritz Lang, nämlich der Thea von Harbo. Wer da mehr drüber wissen will, kann sich da bei mir auf dem Kanal die Sachen angucken und ihr seht da hinten ein absolut satanisches Pentagramm und das ist eben da eine Geschichte, wo auch die katholische, ja, Doktrin durchscheint, weil dieser Maschinenmensch auch Maria heißt und eine wirkliche Maria im Film dann ersetzen soll und zum Aufstand rühren soll und auf der Suche nach einem Vermittler ist und so weiter. Und der Vermittler ist dann das Herz und wenn ihr da wirklich interessiert seid, wie coole die ganze Geschichte ist, aber interessant ist, es wird Reminiscenz genommen auf den Turmbau zu Babel, es wird Reminiscenz genommen an den Pfad zur linken Hand, es wird Reminiscenz genommen an die egliptische Mythologie, es wird Reminiscenz genommen an die katholische Geschichte mit Maria und so weiter und so fort. Das ist extrem. Und interessant ist eben, dass David Bowie genau diese Geschichte jetzt eben mit Metropolis erwähnt. Und im nächsten Akt und im nächsten Satz oder im selben Satz sagt er nämlich auch noch, hat auch noch Caligari erwähnt. Und das ist ein Film, den Fritz Lang immer machen wollte, das finde ich immer schön, wenn die ganzen so Stränge hier zusammenlaufen, nicht aber machen konnte, weil er zu der Zeitpunkt nämlich eben noch einen anderen Film zu Ende drehen musste. Und das ist eben auch ein Horrorfilm, wo es über einen Schlafwandelnden geht, der angeblich dann wahrsagen kann und solche ganzen Geschichten kann. Und das ist eine Szene quasi aus einem Horrorfilm von 1920. So, und das war eben, das ist die absolute Originalaussage von David Bowie. Und das ist eine Reminiscenz jetzt hier an, ja, wenn man so will, an Zukunftsfilmen und an Horrorfilmen. Also es sind ja keine Liebesfilme beide, ne? Er hat sich jetzt hier bezogen auf Kraftwerk. Kraftwerk hat die Menschmaschine gemacht und hat elektronische Instrumente selber gebaut. Kraftwerk ist einer der absoluten Vorreiter der satanischen Musikagenda. Deswegen sind sie auch im Intro unserer amerikanischen Sendung und Serie da halt aufgeführt. Und deswegen hat er natürlich auch Kraftwerk benannt. Er hat zusätzlich damals auch in dem Haus eines anderen Instrumentalisten, nämlich Edgar Fröse von Tangerine Dream wohl irgendwo gewohnt, mit denen auch Kontakt gehabt. Also er hat sich dann sehr viel künstliche Musik dann interessiert. So, und auf der Seite, jetzt muss ich mal für New York wieder umrechnen, 526 unten, ja, seht ihr dann, dass also Bowie jetzt gesagt hat, ich fand das also sehr interessant mit Conny Plank und so weiter und so fort und auch die Gruppe Devo, ja, die mir vorgestellt worden ist von eben EG Pop, ja. So, und da seht ihr jetzt oben auf dem Bild, ja, da seht ihr eben mal hier Devo, ja, das sieht ja auch nicht ganz nett aus, ne. So, soviel mal eben zu EG Pop, Brian Eno, David Bowie, alles dieselbe Geschichte, ja, immer nur andere Namen und so weiter und so fort. So, und er hat gesagt, es war halt sehr, sehr gefährliche Periode für mich, ich war am absoluten Ende meiner, meine, physisch und emotional und hatte also totale Zweifel über meine Geistesgesundheit und das ist eben in Frankreich gewesen. Und er hat gesagt eben, ja, das war halt ein ganz, ganz spukiger Platz und so weiter und so fort und, naja. Auf der nächsten Seite fragt ihn dann dieses Magazin, Uncut, in deinem Song Breaking Glass, dann heißt es, schaue nicht auf den Teppich, don't look at the carpet. Ist das eine Referenz zu diesem Zeichnen von kabbalistischen Symbolen auf dem Boden in Los Angeles? Da sprechen wir über diese Geschichte da mit diesem angeblichen Teufel da im Pool. Und da hat Bowie gesagt jetzt hier, naja, also es ist ein erfundenes Bild, die deutsche Übersetzung steht nämlich da drunter. Ja, es bezieht sich sowohl auf die kabbalistischen Zeichnungen des Baumes des Lebens als auch auf die Beschwörung von Geistern. Ja, also, er ist nach wie vor in diesem Metier unterwegs, definitiv. So, dann gehen wir mal weiter im Text und zwar auf Seite 530 bei dir, Jörg. Eine ganz kurze Anmerkung eben, na, das ist bis zu weit. Also bei mir ist 529 bei mir. Mal gucken, wie bei dir im Skript das ist. Kriegt dein Bild jetzt nicht groß, aus welchen Gründen auch immer. Mein Computer hängt jetzt hier. Nee, kriege ich nicht. So, hier seht ihr David Bowie. Unten runter habe ich noch etwas gefunden, wo ich keine Zeit hatte, mich zu kümmern. Und zwar Holger Tschukai, ein Musiker der Gruppe Can, ist tot im Can-Studio aufgefunden worden. Ja, discovered inside his apartment. Und naja, also sind schon einige interessante Geschichten, die da im Künstlerbereich sind. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Holger Tschukai jetzt hier vielleicht sogar rausnehmen muss und so. Aber ich hatte da keine Zeit für, aber den könnte ich eventuell jetzt hier auch noch rauscutten. Interessant ist aber, dass eben der David Bowie immer noch auf diesem spirituellen Trip ist. Wir haben ja eben gehört von Brian Eno zum Beispiel, wegen der ganzen Meditationsgeschichte und so weiter und so fort. Und deswegen nochmal ganz kurz die Geschichte. Wirklich einen ganz kleinen Exkurs. Ja, eben, wenn man mit Dämonen zu tun hat, ja, dann ist es halt so, dass die halt, wenn du so willst, halt, das kommt in vielen ganzen Geschichten raus, dass die dich eben dann Besitz von dir ergreifen. Also, Mentalbesitz von dir ergreifen, ne. So, das heißt nämlich to be possessed. Ja, englisch besessen. Und wenn man jetzt mal den Spagat nimmt oder halt einfach mal weiterhüpft, was gibt es denn da mit Possessed zu finden? Dann gibt es eben auch in der Death Metal Szene eine Band, die heißt tatsächlich so. Die heißt also wirklich Possessed. Ja, kommt aus San Francisco. Und das Wikipedia meint jetzt, dass Death Metal sich eben von dieser Demokassette, von dieser Band aus dem Jahre 84 ableiten würde. Ich habe eine ganz andere Meinung dazu. Death Metal ist alles letzten Endes aus Metall, was eben den Tod verursacht, ja. Und damit halt rituelle Gegenstände und halt auch Opferungen und meinetwegen auch eine Pistolenkugel. Das habe ich ja, glaube ich, schon öfter gesagt. So, nun mal eben ganz kurz. Schaut euch das mal an, auf der nächsten Seite jetzt hier. Der Jörg hatte das ja eben schon mal so vorgescrollt. Ja, das ist hier die Band, die heißt Besessen. Also, die öffentliche Name von denen heißt Besessen. Würde es eine deutsche Band sein, würde die Band nicht heißen Unheilig, sondern Besessen. Na, habt ihr ein umgegräbtes Kreuz, habt ihr 666, da habt ihr einen Schwanz und so weiter und so fort. Na, so sehen die Jungs aus. So, das ist Death Metal. Das unten drunter ist da auch der Songtext. Der heißt jetzt Auferstehen von den Toten. Angriff auf den Grab. Das Töten hört nicht auf, bis das erste Licht kommt. Ja, da kommt der Lichtträger schon wieder. Wir bringen dich zur Hölle, weil wir versklaven wollen. Deine Seele wird für Schreck gefroren sein. Blalalala. Interessiert mich jetzt alles nicht, aber offiziell ist das die Erklärung, wo denn Death Metal herkommt. Und ich würde das nicht glauben. Aber zumindest sind die Leute ja ein bisschen ehrlicher als jetzt hier so die normalen Künstler, die wir bis jetzt behandelt haben. Denn guck mal da, was da aufploppt in Rot. Ja, da steht, Lucifer lacht. Seine Bedürfnisse werden erfüllt. Die Flammen brennen, jetzt heißt Körper brennen. Also zu Deutsch, da sind wir bei der Opferung. Die Leute werden getötet. Das ist ganz eindeutig. Ja. Death Metal, Death Metal auf der nächsten Seite. Tötet die Schweine. Jetzt übernehmen wir und herrschen durch Death Metal. Ja. Also ich meine, töten mit der Musik weiß ich. Da muss es schon sehr laut sein. Wie gesagt, nochmal, in dem ersten Teil von dem Löwex heißt es Todesmetall und am zweiten heißt es Tötet die Schweine. Also tötet Metall die Schweine. Okay. So. Und jetzt ist er, glaube ich, nicht mehr allzu weit zu einem entsprechenden Gegenstand. Und ob das jetzt durch Strom ist oder durch ein Messer ist, ist jetzt nicht wichtig. Aber ich wollte es halt einfach nur mal anbringen hier. So. Und da habt ihr auf der nächsten Seite die nächste Ablenkungsmanöver, also die Flottenmanöver. Da seht ihr eine sogenannte Pommesgabel auf der Sanitärinrichtung auf dem Wacken Open Air 2011. Ja. Das nennt sich jetzt Pommesgabel. Damit die Leute auch böse, wirklich nicht bei Wikipedia oder irgendwo oder hier landen bei uns. Ja. Sondern dass die letzten Endes dann irgendwie sagen, boah, cool. Also gucken wir uns das nächste Bild an mit diesen ganzen Bands, die da gewonnen haben. Die Gewinner des Battles, also dieser Schlacht, der Metallschlacht 2017. Die mexikanische Band heißt Jet Jaguar. Dasselbe Viech, was beispielsweise Amanda Lear da bändigt auf ihrem Cover For Your Pleasure von Brian's Ferry, Roxy Music. So. Und wenn ihr unten drunter seht, das sind so die ganzen Anhänger aus dieser ganzen Geschichte. Dieser Live-Konzert 2017. Ja. Sind alles Pommes-Esser. Ganz klar. Die kommen nicht wegen der Musik. Die kommen auch nicht wegen... Die kommen alle wegen Pommes. Also wie dämlich müsste ich sein, um das zu glauben. Alleine schon, wenn da eine Band spielt, die heißt Possessed. Ja. Da müsste ich doch mal schauen, dass ich dann vielleicht mal irgendwo im Deutschunterricht mal eben nochmal nachkramme. Das war doch mal irgendwo. Und das habe ich nämlich extra ins nächste Bild reingeschoben. Ein Possessivpronomen. Possessed. Das ist meins. Zeigt Besitz an. Also wenn ich Possessed mich nenne, dann hat es etwas mit Besitz zu tun. Besitzergreifend. Was sind Possessivpronomen? Sind mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr. Ist das dein Koffer? Ja, das ist meiner. Wem gehört die Katze? Das ist meine. Wem gehört das Todesmetall? Das ist meins. So. Und deswegen, das ist alles Veräppelung. Ja, und in jeder Vorart und Weise. Ich weiß nicht, ob der Vers jetzt hier so hundertprozentig passt. Aber wie gesagt, diese ganze Gewalt, die wir auch erleben, durch diese ganzen Gewaltverherrlichungen, die wir erleben, die ja völlig normal erscheint in unserer Zeit. Ja, das ist halt auch ein Zeichen, dass wir in einer satanischen Welt leben. Denn wenn wirklich alle friedlich zusammen wären, dann würde jemand, der solche Musik macht, mit solchen Texten wie Tötet die Schweine, ja, die würden doch gar nicht hier, da würden doch gar nicht zehntausende Leute da aufmarschieren. Oder wie siehst du das, Jörg? Ich sehe, dass wir einen unglaublichen Verfall in der Moral mitmachen. Ähm, ich kann da mal so ein Beispiel anholen. Das kennen einige vielleicht, vielleicht kennen sie es nicht. Ähm, ich hab mal gelesen, ich weiß nicht mehr wo, ist doch schon Jahre, Jahre her, dass in den Ende der 30er Jahre, glaube ich, dieser Film in Amerika gedreht wurde da. Ähm, wie heißt denn der mit dem Thema? In den amerikanischen Südstaaten kriegt er diese Drei-Stunden-Schinken. Ach, wie heißt der denn? Hilf mir mal eben. Ich weiß es nicht, ich bin da nicht so beleckt in der Hinsicht. Gone with the Wind. Vom Winde verweht. Ach so, ja. Und in dem Film kam ein Kuss vor. Mhm. Ähm, und das war, was ich so gehört hatte, wohl auf einer Großbildleinwand der allererste, nach dem Motto French Kiss, Zungenkuss. Auch wenn sie sich da natürlich nicht richtig ablecken, sondern das nur spielen, aber wie auch immer, aber da konnte man das sehen. Und da sind damals Leute aus dem Kino rausgegangen und haben sich beschwert, dass sowas doch nicht in der Öffentlichkeit Zeit werden dürfte, wie zwei Menschen sich küssen. Mhm. Das musst du dir mal heute in 2020 überlegen. Mhm. Wie unsere Moral in der Zwischenzeit verkommen ist. Ja. Und ich habe dasselbe gehabt, als ich jünger war. Da habe ich ja auch viel von dieser Musik gehört und ich habe viel von diesen Filmen geguckt. Und ich rede jetzt nicht mal von Pornofilmen oder sowas, ähm, sondern ich rede jetzt ganz einfach von, äh, Filmen, die Gewalt zeigen, wo damals Leute meinten, aber das ist doch Gewalt verherrlichend. Und so, nää, 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 weit weg. Und wenn man das jetzt so rückblickend sieht, sich rückblickend nochmal anschaut, dann sieht man, wie blind man selber damals war, das verneint zu haben. Weil dadurch, dass man das damals, oder dass ich zum Beispiel das damals akzeptiert habe, ist der Moralstandard immer weiter gesunken. Und heute ist der so weit auf dem Boden angekommen, das ist doch schon, ja, jetzt wollte ich beinahe sagen, das ist schon nicht mehr normal. Nee, ist es auch nicht mehr. Weil das, was abnormal ist, ist heutiger Normal in dieser Welt. Wenn du, zwischen Anführungszeichen, normal bist, das heißt, wenn du moralisch bist, dann bist du krank. Mhm. Ja? Und gerade mit solchen Dingen wie hier deine Death Metal-Dinger, da, also das Wacken-Festival, da hat ja Rammstein auch, ist ja Rammstein auch aufgetreten, glaube ich, letztes Jahr oder so, oder das Jahr davor. Das größte Hardrock, glaube ich, Festival in Norddeutschland, das ist ja irgendwo in Schleswig-Holstein da, dieses kleine Dorf Wacken, das eben dafür ganz berühmt geworden ist. Wenn man sich anguckt, wie die Leute da aussehen, haben wir ja gerade das Bild gesehen, und wie die sich da tagelang rumtreiben und nichts anderes tun als Drogen nehmen, Orgien feiern und Alkohol trinken und exzessiv, sage ich jetzt mal, leben, ein Lebensstil, wenn du das vor, na, lass uns mal sagen, 60 Jahren gemacht hättest, dann wäre es so festgenommen worden. Da wäre es in den Knast für gegangen. Ja, und überleg mal, die Songtexte, Kill the Pigs, ja, das ruft einfach zu Mord auf, und selbst wenn es jetzt nur Tiere wäre, ne? Na, ist ja was anderes als Tiere gemeint in dem Text, ne? Ja, aber ich sage jetzt mal, also das wird gekauft, das wird verbreitet, da gibt es irgendwie kein Hate Speech, ne? Komisch, oder? Naja, sowieso, also was ich gerade eben von dem Text gesehen habe, wir sind ja leider ziemlich schnell durchgegangen, da kommt mir im Grunde die Gänsehaut drauf. Ja, deswegen wollte ich ja jetzt nicht auf jede Zeile eingehen, aber, ne? Ne, aber ja, man muss sich das überlegen, die Leute gehen in so ein Konzert und viele begreifen gar nicht, was in dem Text gesagt wird, die brüllen die Worte mit, aber die verstehen eigentlich gar nicht, was sie da sagen, ja? Speziell in Deutschland wahrscheinlich auch, ne? Ja, und speziell in Deutschland, ja, weil, ja. In England ist das nicht viel anders, ich habe ja damals die Unterhaltung mit Tom gehabt, ich habe das ja, glaube ich, gar mal gesagt, dass Tom auch meinte, er hätte früher auch sehr viel Musik gehört und solche Sachen und Lieder mitgesungen und alles drum und dran, aber den Text hat er auch nie verstanden, auf den Text hat er nie richtig geachtet und er ist ein, äh, äh, also, ähm, Englisch ist seine Muttersprache, der nimmt die Texte auch nicht so auf von den Liedern und so wie Tom damals waren, sind wahrscheinlich viele Leute damals gewesen, heute immer noch, ja? Die also selbst in ihrer eigenen Muttersprache nicht auf die Texte achten, sondern einfach nur die Worte mitsingen, ja? Einfach Worte mitsingen, ohne über die Bedeutung der Worte nachzudenken oder was ich da jetzt gerade singe, ne? Ja, nach dem Motto, ähm, ich, ich rufe da 25 Mal hintereinander das F-Wort, ja? Und das macht mir im Grunde überhaupt nichts auf, weil es ist ja lustig, ist ja irgendwo ein Musikstück drin, denkt da überhaupt nicht drüber nach. Hm, wird vorgegeben, ne? Es wird vorgegeben und das ist dann die Parole, die ausgegeben wird, ne? Ja. Das ist dann halt wie beim Militär, ne? Und die Jesuiten sind halt eine militärische Einrichtung und, äh, ja, das ist halt wie Parole, ne? Das ist das, wo die meisten, wo die Leute dann halt mitgehen, mitgehen, wirklich zu sagen, als wenn sie ein Soldat marschiert, ne? Aber dann sagen die halt, kill the pigs, kill the pigs und kill the heretics. Ja, ist nicht mehr weit von kill the pigs to kill the heretics, ne? Naja, es ist doch, ist doch genau dasselbe, wie wenn du mal an diesen Film denkst, da von Stanley Kubrick, ähm, dieser Antikriegsfilm da in Vietnam, der da spielt, die Hälfte. Full Metal Jacket, oder? Full Metal Jacket, genau, ja, voll, ähm, wie heißt das, Vollmantelgeschoss heißt das, glaube ich auf Deutsch, ne? Mhm, 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 mhm. Ein ganz toller Film, also den, den fand ich damals schon toll. Ich hab im Kino gesehen damals, ja. Ja, ich auch, ich auch. Und dann 25 Mal auf Video, noch hinterher. Ich find das einen ganz tollen Film, ich find das heute noch einen ganz tollen Film, nur heute find ich ihn ganz toll aus einer ganz anderen Sichtweise. Mhm. Und zwar aus der Sichtweise, wenn man sich das anguckt, wie die in dem Trainingslager da trainiert werden von dem Drill Sergeant, das sind rein hundertprozentige Jesuitenmethoden. Mhm, ja. Der Charakter der jungen Rekruten wird in den ersten Stunden oder Tagen gebrochen und wenn sie dann willenloser Prei sind, dann machen sie alles das, was der Drill Sergeant ihnen sagt. Und in einer bestimmten Szene, ein bisschen später, laufen sie durch das Lager und singen dann zu dem Laufen dazu. Eskimo, Pussy is icy cold und so weiter und so weiter und so weiter. Die denken überhaupt nicht drüber nach, was sie da singen im Grunde. Mhm. Das ist das Schlimm. Ja, das machen die in Wacken dann genauso wenig. Die finden es halt einfach cool, dass sie mitsingen können und dass, dass zu dir Gruppeneuphorie dann da ist. Nach dem Motto, wenn alle das machen, ey, dann bin ich akzeptiert, ne? Dann bin ich Teil der Masse, dann bin ich halt akzeptiert, dann bin ich halt irgendwo in meinem Tribe oder in meinem, dann ist das ein eigenes Volk, ne? Das ist eine eigene Armee. Ja, das erinnert mich. Du weißt ja, bei Kiss zum Beispiel, er hat es ja gehabt, Kiss Army, ne? Ja, naja. Das ist der Fanclub von Kiss, ne? Das heißt nicht Fanclub oder so, sondern das heißt Kiss Army, ja. Ne, das, was du gerade eben gesagt hast, erinnert mich noch an einen anderen Film. Da spielt Donald Sutherland die Hauptrolle darin. The Body Snatchers. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Die Körperfresser. Die Körperfresser heißt er auf Deutsch. Ein ganz, ganz brutaler Film im Grunde auf einem Level, der sich einem so, wenn man den oberflächlich schaut, gar nicht erschließt. Aber da geht es im Grunde darum, dass Menschen ersetzt werden durch Klone, lass uns mal sagen, die halt irgendwie aus außerirdischen Pflanzen oder was kommen. Und die haben eine eigene Sprache. Und die verraten die wirklichen Menschen, also jeder, der noch nicht verändert ist, durch so einen Schrei. Und Donald Sutherland hat die ganze Zeit auf der Seite der zwischen Anführungszeichen Guten gespielt, bis man dann gar nicht mitbekommen hat, dass er auch verändert wurde. Und dann zum Schluss die eine Frau, mit der er die ganze Zeit was anzeigt und dann diesen Schrei macht und dann alle da hinterherlaufen, um die Frau zu kriegen. Und das ist genau das, was ich meine. Das ist dieser Gruppenzwang, was du gerade eben angesprochen hast. Da sind, also wie bei diesem Musikding, wenn du da nicht auch Pogo springst, also hin und her springst und rumschreist und Teufelskralle machst und was weiß ich nicht alles, dann gucken die dich alle an. Was macht der denn? Was will denn der hier? Und dann bist du nicht weit davon entfernt, dass du da wahrscheinlich irgendwann mal ganz schnell auf einem ihrer Altäre da geopfert werden kannst. Ja, und deswegen habe ich die Jahre in der 725 vielmehr da irgendwie ein aus diesem Kontext, da nach dem Motto, Zeiten und Gesetze auf allen Dingen zu ändern. Ja, es werden jetzt Gesetze gegen Hate Speech, Gesetze gegen alles Mögliche gemacht. Ja, aber es gibt da keine Gesetze, was weiß ich, für Leute, die offen zu Gewalt aufrufen oder Pädophilie. Stimmt, aber im Allgemeinen habe ich natürlich ein anderes Verständnis über, was er hier mit Zeiten und Gesetze meint. Aber das ist mal etwas für eine Bibelstudie, das müssen wir jetzt hier nicht besprechen. Aber es ist schon durchaus richtig, dass man es auch auf dem Level durchaus mal erklären kann. Ja, das ist natürlich ein Thema. Ja, und sagen kann, guck, es funktioniert eben auf verschiedenen Schichten, auf verschiedenen Leveln. Hauptsächlich ist es geschrieben für etwas anderes, logischerweise. Da geht es darum, wie wir hier auf dieser Erde leben müssen und alles drum und dran. Aber auch in diesem Kleinen ist das wohl zu passbar. Ja, weil schließlich ist es ja Satans Musikagenda. Und wenn hier steht, er wird freche Reden gegen den Höchsten führen, dann ist ja von Satan die Rede. Nämlich von Satans Vertreter auf Erden, vom Antichristen. Da spricht Daniel 27, äh, 725 von. Ja, also so weit hergeholt ist das nicht. Es ist halt nur auf einem anderen Level. Also von daher passt der Text schon ganz gut rein. Da sie halt, da sie halt, äh, offen zu Zerstörung aufrufen, also ich will zerstören Rammstein oder jetzt hier offen zu, 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 zum, 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 zum Tod aufrufen hier. Ähm, in dem, in dem Sachen wie Death Metal, ne? Weil, wie gesagt, Death Metal kann ja dann eben, muss dann ja irgendetwas sein, was mit dem Töten der anderen zu tun hat. Das kann ja eben gar nicht die Musik eigentlich gemeint sein. Es sei denn, die, die Schweine kriegen jetzt ein Kopfhörer umgeschnallt, was ein bisschen exotisch wäre. Ja. Ja. Und deswegen kommt der Bibelfers hier drin. Also ich, äh, wir können jetzt auch gerne weiterspringen, also. Ja, können wir gerne machen. Der Bibelfers ist, wie gesagt, nicht verkehrt, aber es ist auf einem anderen Level, ne? Ja, natürlich, aber wir müssen halt auch, wir versuchen, ich, ich rede ja normalerweise nicht für, äh, über Death Metal, ja. Und deswegen, äh, habe ich jetzt mal ausnahmsweise hier mal gemacht, weil mal ganz klar und deutlich zu sagen, dass eben das, was in den Texten und in den ganzen Sachen gemacht wird, eben dann doch, ähm, nicht das ist, was uns vorgegaukelt wird, ne? Sondern hier wird offen zu Gewalt und zu Mord aufgerufen. Und das ist halt einfach mal der Fakt. Und deswegen heißt es Death Metal und nicht wegen dem einen Lied da. Das ist doch albern. Aber offen zu Gewalt und zu Mord und sowas darf man nur aufrufen, wenn man das unter dem Banner der Kunst macht. Mhm. Und wenn man das unter dem Banner der freien Meinungsäußerung macht oder davor warnt, dann wird man gebannt auf YouTube zum Beispiel. Also nicht zu Gewalt und Mord aufrufen, sondern wenn man davor warnt, ja, das ist eben wieder die umgekehrte Welt, in der wir leben, ne? Ja, deswegen wollte ich es hier einfach mal, ja, deswegen, deswegen wollte ich es hier einfach mal benennen und wir können jetzt auch gerne weitermachen mit David Bowie. Das war halt einfach mal ein kurzer Ausdruck, warum ich gar nicht in Death Metal gehe, weil Death Metal ruft offen zu Satanismus und zu Mord und allem auf. Punkt aus. Da brauchen wir wirklich nicht drüber zu diskutieren. Wer das nicht begreift, der ist letzten Endes nicht im richtigen Geist, ja? Das muss man einfach mal leider so konstatieren, konstatieren, so. David Bowie, langer Freund, sprich Brian Eno, hat hier gesagt, Mensch, ich realisiere jetzt, dass er Tschüss gesagt hat, ne? David Bowie tot am Sonntag war ein großer Schock für viele und Brian Eno, über die die ganze Geschichte jetzt im Augenblick geht, ja, war eben hier der Producer der Berlin-Trilogie. Also Brian Eno hat auch produziert Low und Brian Eno hat produziert Heroes und Lodger. So, und er hat gesagt, das war eine totale Überraschung und, ja, und so weiter und ich fühle jetzt ein großes Loch, ja, ich fühle eine große Lücke. So, da seht ihr ein Bild von den beiden und er sagt jetzt, sprich Brian Eno sagt über David Bowie, wir haben uns über 40 Jahre gekannt, wir haben in New York gelebt und, also er in New York gelebt und ich in London und so weiter und wir haben mit E-Mail und ralalala, ja, und ich habe sieben Tage vorher eine E-Mail von ihm bekommen, es war lustig wie immer und ein bisschen surreal und so weiter und so fort, ne? Und es hat mit dem Satz geendet, danke für die guten Zeiten, Brian, ja, sie werden nicht vergehen. Und es war unterschrieben mit Dawn. Ich realisiere jetzt, dass er Tschüss gesagt hat, ja, Dawn ist die Dämmerung. Das war ja interessant, also er hat nicht mit David Bowie unterschrieben, er hat unterschrieben mit Dawn. Deswegen, auf dem nächsten habt ihr mal Dawns. Children of Dawn, Lucifer. Lucifer, Bride Son, Dawn. Bei Reverend John, kann ich hier aussprechen, Tweed, kann ich hier aussprechen, wirklich nicht, am besten Willen nicht. Ja, Tweed, so, okay. Die Transport League macht da von sich reden mit einem Blitz, der steht für Satan und Dawn of Lucifer. Oder Kate Bush, kennen wir doch noch, ne? Before the Dawn. Oder Pink Floyd, the Piper at the Gates of Dawn. Ist übrigens eine alte Fabel aus Großbritannien, ne? Das liegt dem zugrunde, aber die Fabel liegt natürlich auch einer anderen Erzählung zugrunde. Und das ist eben der Pfeifen, der Flötenspieler. Und damit ist natürlich Ezekiel 28, 13 gemeint. Im Garten Eden warst du und so weiter und so fort. So. Also. Also, 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 ist Dawn ein Kotwirt für Lucifer? Gar keine Frage, da diskutiere ich auch gar nicht drüber, weil ich das weiß, weil ich die Bibel lese. Ja, da steht beispielsweise drin, Son of the Morning. Solche ganzen Geschichten. Und David Bowie hat ja damals schon gesagt, im Jahre 1971, über Alistair Crowley und den Orden Golden Dawn, hat er gesagt, ich bin näher am Golden Dawn. Golden Dawn, da haben wir doch schon wieder den Dawn. Vergleiche, Folge 54, Kate Bush, die dritte, ja, über den Golden Dawn. Ja, deswegen lösen sich jetzt eine ganze Menge Kreise auf. Wenn er unterschreibt mit Dawn, ist eigentlich ganz klar, dass er Lucifer meint. Ja, und hier beispielsweise bei der tollen Webseite, Wahrheit, die bekannt wird, truthbenown.com, wird alles komplett umgekehrt geschrieben. Ja, er ist nicht der gefallene Engel oder ein Name für einen Teufel, sondern der Morgenaspekt des Planeten Venus. Venus ist auch persophiniziert als die Götzin namens Aphrodite in Griechenland. Das ist also kein Grund, um sich für Lucifer oder Venus zu fürchten. Ja, das ist alles Bullshit und Lüge. Ich meine, abgesehen davon, was macht der Typ mit diesem komischen Sonnenkranz da auf dem Bild mit seinen zwei Flügeln? Ja, wenn der nicht gefallene Engel ist, also, das ganze Ding widerspricht sich von vorne und hinten. Ist natürlich absolut, also, selbst wenn Webseiten sich Wahrheit nennen, können sie halt eben nicht wahr sein. Und das ist alles völliger Unfug, was die hier schreiben. Völliger Unfug. Da haben wir genug Sachen drüber gemacht, ja. Gucken wir uns das nächste an. Lucifer at Daybreak. California at the dawn. Ja, of the Third World War. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes. Ja, beispielsweise hat der Herr Cat Stevens auch genannt oder sich genannt Yusuf Islam. Ein britischer Sänger und Songwriter, Gitarre und Klavier gespielt. Und seine bekanntesten Geschichten sind Matthew and Son, My Lady, da waren wir, ich darf nicht singen, Father and Son und so weiter und so fort. Und Morning Has Broken von 1971. So, er hat 24 Millionen oder mehr als 24 Millionen verkauft. So, und Morning Has Broken heißt, Blackbird has spoken like the first bird. Damit wissen wir schon mal wieder Bescheid. Wir sind schon wieder bei den Krähen. Wir sind schon wieder bei den Messengern. Wir sind schon wieder bei dem Raben angelangt, ja. Praise for the singing. Praise for the morning. Praise for them springing. Also, bete den Morgen an. Bete das Singen an. Bete die und so weiter. Also, bete bloß nicht den Allmächtigen Gott oder Jesus Christus an. Bete halt die ganze Schöpfung an, anstatt den Schöpfer. Damit wissen wir doch schon Bescheid. Er sagt hier, mein ist das Sonnenlicht, mein ist der Morgen. Und born of the one light, Eden saw play. Also, wir können jetzt alles hier schon mal sehen. Guckt mal hier. Ihr seht hier 28, 13, die Referenz. Jesaja 14, 12. Sie müssen sich auf die Bibel beziehen und sie nehmen halt ihre Codewörter, wie beispielsweise Dawn oder wie beispielsweise jetzt hier, er jetzt hier, der Cat Stevens mit Blackbird, die auch letzten Endes jetzt ein Blackbird ja eben auch Kate Bush benennt und so weiter. Ja, God's recreation. Recreation of the new day. Nicht creation. Recreation of the new day. Alles ganz, ganz, muss man ganz vorsichtig sein. Er hat ja nicht umsonst sich nachher Yusuf Islam benannt. Der ist kein Christ. So, und es gibt Namen von Satan, die wollen wir doch alle mal kurz aufzählen. Also, alle meinen dasselbe, nämlich den Widersacher Gottes. Können wir uns gleich darauf einigen. Also, Bezebul, Bezebub, der Herrscher der Dämonen, Lucifer, der Morgenstern, der Lichtträger oder Licht, was weiß ich, der Sohn der Morgenröte, der Sohn des Morgens, der Teufel die Schlange, der Verhexte, der Böse, der Gott dieser Weltzeit, der Herrscher oder der Prinz dieser Welt, der Prinz der Lüfte oder der Herrscher der Lüfte, der Fürst der Lüfte, der Mörder vom Anfang an oder der Lügner und der Vater der Lügen. Und wo beziehen die sich drauf? Die beziehen sich immer alles auf die Bibel. Also, bei Lucifer, der Morgenstern, da sollte man doch vorsichtig mit sein. Jesus Christus behauptet von sich im Buch der Offenbarung, ich bin der Morgenstern. Ja, das ist richtig. Und es steht in Jesaja nicht drin Morningstern, sondern Stern des Morgens. Das ist nicht dasselbe. Sohn des Morgens steht drauf. Nein, Sohn des Morgens, genau. Son of the Morning, genau. Das ist nicht dasselbe. Also, Morgenstern würde ich hier für Lucifer nicht unterzeichnen. Das ist nämlich die ganz große Gefahr. Ja, Moment. Und weise Lucifer und Jesus miteinander verwechselt. Ja, Moment. Das Ding ist, dass es in einigen Werken so steht. Das heißt, wenn du dir jetzt einige Bibeln schnappst, dann gebe ich dir Garantie darauf, dass du das findest. Das will ich gar nicht abstreiten. Ich will nur sagen, wir sind hier für Stunde der Wahrheit stehen, dass man eben diese Verwechslung bitte bekannt macht. Und dass wir den Leuten sagen, wenn ihr das gegenkommt, der Morgenstern, dann geht bitte auf die Bibel, Offenbarung. Ich meine, Kapitel 22. Ich muss mal eben aufmachen hier. 22, 18 könnte es sein. Ja, ich weiß, es ist 22 irgendwo. Ich bin das A und das O, das Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte, glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an den Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Jesus ist der Morgenstern, nicht Lucifer. Also wenn ihr das irgendwo lest, dann wird Lucifer mit Jesus gleichgesetzt und das ist natürlich die freimaurerische Falschlehre, dass die beiden eben ein und dasselbe sind, mehr oder weniger, oder dass man die beiden eben im Freimaurertum gar nicht mehr richtig unterscheiden kann. Ein Name fehlt hier noch bei, abgesehen davon, dass wahrscheinlich viele noch fehlen, aber einer fällt mir auf, der hier fehlt, Herr der Fliegen. Ja, das Thema ist jetzt hier mit dem Morningstar, bezieht sich natürlich jetzt vor allem auf die Venus, ne? Das heißt, im heidnischen, freimaurerischen und wo auch immer, da bezieht sie sich auf die Venus und Jesus bezieht sich einfach gar nicht auf irgendeinen Planeten, sondern er sagt, er ist ja das Licht der Welt. Eben, ja. Ja, das ist der Unterschied. Das heißt, freimaurerisch oder okkult bezieht es sich auf einen materiellen Planeten, sag ich jetzt einfach mal, also etwas Materielles und spirituell und in der Bibel bezieht es sich auf Jesus Christus selber. Ja, da hast du das mit der Venus genau, wie zum Beispiel mit der Sonne, ne? Jesus ist das Licht des Lebens, aber das Licht des Lebens hat nichts mit der Sonne zu tun. Nur die Sonne ist das materielle Licht, das die Heiden anbeten, diejenigen, die die Schöpfung statt den Schöpfer anbeten und wir wissen, dass Jesus das Licht ist, weil es war Licht, bevor die Sonne da war, ne? Am ersten Tag wurde nämlich das Licht geschaffen und die Sonne erst am vierten Tag, ne? Sollte man auch drüber nachdenken, ne? Leute, die ihre Bibel lesen, sollten sie bitte vernünftig lesen. Das heißt auch, meine lieben Brüder und Schwestern, dass Pflanzen gar kein Sonnenlicht brauchen, um zu leben. Also, um zu leben, um zu wachsen. Weil die Pflanzen wurden am dritten Tag geschaffen und die Sonne erst am vierten Tag. Das heißt, es gab Pflanzen, bevor es die Sonne gab, aber es gab Licht. Ja, es wäre ja auch blöd gewesen, wenn es Pflanzen erst später gegeben hätten, dann wären eine ganze Menge Tiere verhungert, weil zumindest, ja gut, einen Tag kommen sie ja ohne aus, ne? Ja. Ja. Geh mal auf die nächste Seite, bitte. Dann hast du nämlich mal ein paar Codewörter. Ja, diese Grafik fand ich ganz interessant. Du meinst jetzt Codewörter mit C-O-D-E, ne? Ja. Ja, gut. Ja. Kleiner Wortspiel-Scherz. Ja, ich weiß gerade nicht die ganze Filme, ja, okay. Da hast du jetzt beispielsweise Sunset, Sunrise, Twilight, Twilight, Dusk and Dawn. Ne? Das sind so diese Spiele, wo es eben um Dämmerung geht, um Zwielicht geht. Da gibt es doch diesen Film von Quentin Tarantino. So, den hast du da schon drunter, sehe ich hier, ja. Ja, ja, natürlich. Dusk and Dawn, ja. Ja, das sind alles Reminiscenzen. Und guck mal, was der da in der Hand hält. Ja? In Silber, in Revolver. Ja, das ist doch so ein Vampirfilm, ne? Ich weiß, was das für ein Film ist. Ich habe mir den mal kurz angeguckt für diese Lesung hier. Aber dennoch, ich meine, er bezieht sich auch etwa auf etwas, was es gar nicht gibt, also sprich Vampire. Ja, und er bezieht sich, also bei Waddis Elm, da gibt es die dann wieder, aber das ist was anderes. Aber es hat wieder den Revolver. Und guck mal, dieser Film ist von, weiß ich nicht, 1990 oder irgendwas die Ecke rum. Da gab es schon Pistolen und MPs und was weiß ich. Also, es ist immer dieselbe Reminiscenz, ne? Das wissen wir schon ganz genau. So, und es eben steht nämlich eben drauf jetzt hier in allen möglichen gefälschten Bibeln. Der Punkt, den jetzt du eben genannt hast. Ja, oh, Morningstar, Son of the Dawn. Deswegen muss man da vorsichtig sein. Und deswegen habe ich auch unten drunter meinen Verweis gemacht von der King James zu der neuen internationalen NIV-Version. Wenn diese Schautafel richtig ist, ich habe sie nicht geprüft. Und da hast du auch deine Reminiscenz an Offenbarung 22.16. Ja, genau. Ja? Okay. Gut, jetzt sind wir wieder Freunde, ja? Ja, natürlich, wir waren immer Freunde. Ich wollte ja nur darauf hinweisen, und nicht nur für dich, weil dass du das weißt, weiß ich, aber man kann auch manchmal irgendwie einen Sprung zu groß machen, wenn man solche Sendungen hier macht. Nur ich wollte für unsere Zuschauer darauf hinweisen, dass die eben nicht in diese Falle trapsen. Und dann sagen von, ja, was erzählen die denn da? Das ist doch so und so. Nee, nee, ist schon klar. Nee, nee, ne? Die NIV übrigens, für die, die es nicht wissen, ist also die Bibel, die basiert ist auf dem Codex Saneaticus und Codex Vatikanus, also die gefälschten Papiere, die von Tischendorf, die er da im Mülleimer 1844 gefunden hat. Und die Basis sind, die man auch im deutschen Nestle-Alaunt-Texte nennt, die also die Basis sind für alle verfälschten Bibeln, die wir heute haben. Das fing an 1870, wenn ich mir nicht irre, war 1875 die ISV, die English Standard Version, die erste korrupte Bibel, die rauskam und seitdem alle anderen. Und wenn ihr die NIV in Deutsch haben wollt, dann müsst ihr die revidierte Elberfelder lesen. Dann habt ihr die NIV in Deutsch. Deswegen ist es auch ganz wichtig, mal den König James in Deutsch zu bekommen. Ja, genau, das ist unser nächstes oder unser letztes Projekt wahrscheinlich auch. Okay, machen wir weiter auf der nächsten Seite, weil ich will jetzt wirklich hier durchkommen mit David Bowie. Also 2013 hat er wieder so ein cooles Ding gemacht, der nächste Tag. Ich will jetzt gar nicht großartig auf die RIVX und so weiter kommen. Ich bin noch nicht ganz tot und so weiter. Es geht hier wohl um so eine angeblich mittelalterliche Geschichte und so weiter. Und das ist halt einfach nur noch furchtbar. Interessant ist auf dem übernächsten Teil, da wo ich eben Blauma-Heil geleitet habe, wo er eine komische Reminiszenz macht, wo er nämlich dann sagt, sie können mit Satan arbeiten, während sie sich wie die Heiligen kleiden. Fand ich super. Sie wissen, dass Gott existiert, da es ihnen der Teufel gesagt hat. Das fand ich schon eine starke Textzeile. Das hat mich doch dann an die römisch-katholische Kirche irgendwie erinnert. Fand ich echt cool. So, und jetzt gehen wir in die Folgen. Jetzt gehen wir wirklich in die Folgen, in dieser und der nächsten Folge. Black Star, 2016, sein letztes Album, erschienen zwei Tage vor seinem Ableben. Black Star, ein Pentagramm, ein aufwärtsstrebendes Pentagramm, also ein luziferianisches Pentagramm. Sein Name jetzt auch noch in einer komischen Pentagramm-artigen Schrift irgendwo da gemacht. Und er hat jetzt noch nie, jetzt weiß ich auch, was ich vergessen habe, er hat sich da jetzt auch noch einen Film oder eine Geschichte gemacht mit Lazarus und so weiter. Also das ganze Ding hat natürlich ganz, ganz schräge Züge hier. So, und er ist da so abgebildet. Okay, so, soviel nochmal zu der Geschichte. Wir kommen da nicht raus. Er hat dieses Emblem nicht genommen, weil er keinen Antrag zur Verfügung hatte. Oder wie auch immer, ihr seht auf der nächsten Seite die Referenz dazu. Es ist einmal der Schauspieler Anton Chanolave und mit seiner Kirche Satans, die dann hier so eine Art Mummenschanz irgendwie machen. Und auf der anderen Seite hält er jetzt da eben ein altes, vergilbtes Buch auf dem Cover eben dieser fünfzackige Stern hoch und sagt mir bitte nicht, dass das irgendein Roman ist, das er da hochhält. Also das ist seine, seine Lebensweisheit, die da drin steht. Und die beginnt mit dem Pentagramm. Punkt aus. Da kann ich nicht drüber diskutieren. Wenn jemand ein altes Buch nimmt, dann heißt er, es ist eine Reminiscenz. Und hat das Motto, hier steht entweder Weisheit drin oder das ist das Buch, was mich begleitet hat. Das Album ist zwei Tage vorher rausgekommen. Und ich lasse mich da auf, ihr könnt gerne eine andere Meinung haben. Ich habe da kein Problem mit, aber ich rücke von meiner Meinung nicht mehr ab. Ich habe jetzt 600 Seiten über David Bowie gelesen und tausende Seiten von ihm durchgearbeitet. Also er ist nur im Okkulten unterwegs gewesen. Er hat eine Teufelspuppe an einem Kreuz genagelt und so weiter und so fort. Also bitte. Also das ist seine satanische Bibel, wenn wir so wollen. Ja, das ist sein okkultes Weltbild, was er da uns niederbringt. Und da gehe ich auch gleich drauf ein. Ja, denn in den Lyrics von David Bowie, Black Star, ist das Erste, was da kommt. Das ist das Titeltrack sozusagen. Das Album heißt ja auch so, ja. Das Erste, was da kommt, das ist nochmal der Anton. Ich habe ihm viel zu viel Platz hier gewidmet, der gar nicht so heißt. So, David Bowie. In der Villa von Ormen, in der Villa von Ormen steht eine einsame Kerze. Juhu, hallo Babylon. Im Zentrum, am Tag der Hinrichtung, am Tag der Hinrichtung, ja. Und so weiter und so fort, ne. In der Villa von Ormen, ja. Was meint denn der Kerl damit? So, am Tag seines Todes auf der nächsten Seite, sagt er, ist etwas passiert, ja. Spirit, also Geist erhob sich einen Meter und trat zur Seite. Jemand anders nahm seinen Platz ein und weinte tapfer. Ich bin ein Blackstar, ich bin ein schwarzer Stern, ich bin ein schwarzer Stern. How many times does an angel fall? Wie oft fällt ein Engel? Ja. Die Bibel hat da eine Meinung zu. Und es erschien ein anderes Zeichen beim Himmel. Siehe, ein großer, feuerroter Drache, der hatte sieben Köpfe und zehn Hörner und auf seinen Köpfen sieben Kronen. Und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geboren hätte. Und sie gebar einen Sohn, einen männlichen, der alle Heidenvölker mit eisernem Stab weiden wird. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie einen von Gott bereiteten Tag hatte, damit man sie dort 1260 Jahre lang ernährte. Der Vers 5 ist übrigens auch interessant zu unserem Verständnis, wenn wir uns immer fragen, warum werden wir denn durch Rom regiert. Sie gebar einen Sohn, Jesus, einen männlichen, der alle Heidenvölker mit eisernem Stab weiden wird. Rom ist das eiserne Imperium. Die Beine aus Eisen, wie wir uns erinnern. In Daniel Kapitel 2. Die Metallmann, ja. Bitte? Die Metallmann, ja. Die Metallmann, die vier Metalle. Oben Gold, dann Silber, dann Bronze oder Messing und dann eben im vierten Teil die eisernen Beine. Also nur mal ein kleiner Tipp, so für die Leute, die ein bisschen Bibelstudie gerne machen wollen. Satan wird dann auf die Erde hinabgeworfen. So steht es geschrieben. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache und seine Engel kämpften. Aber sie siegten nicht. Und ihre Städte wurden nicht mehr im Himmel gefunden. Und so wurde der große Drache niedergeworfen. Die alte Schlange, genannt der Teufel. Und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen. Und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Dankeschön. Und er sagt jetzt hier, wie oft fällt ein Engel. Und damit sind wir natürlich bei den gefallenen Engeln. Das ist doch wohl mal ganz klar. Da brauchen wir jetzt nichts drüber zu erzählen. So. Und er schreibt jetzt hier weiter. Er trat auf heiligen Boden. Das ist katholische oder heidnische Lehre mit diesem heiligen oder geweihten Boden. Ja, sozusagen. Also heiligen Boden, geweihten Boden und so weiter. Und das ist es dann letzten Endes auch hier mit diesen ganzen Geschichten. Und deine Beruhigungsmittel werden hier noch genannt. Und du bist ein Flash in the pan. Du bist ein Blitz in der Pfanne. Was ist denn das, was er da singt? Das ist eigentlich ganz einfach. Das ist jemand, der alltag einfach einen kurzzeitigen Erfolg hat. Das ist ein Flash in the pan. Das kommt eigentlich original. Da gab es auch mal eine Musikgruppe, die so hieß, ne? Flash in the pan. Das kommt ja sofort, ja, genau. Also, okay, ja. Ja, und das ist eben von den alten Musketen, die da mit Schießpulver noch geladen wurden. Also Charged mit Schießpulver, mit Gunpowder und so weiter. Und wenn das eben nicht genau geklappt hat, dann hat man eben nur so einen Blitz gehabt. In dieser Pfanne wurde er nachgeladen worden. So ungefähr kann ich jetzt mal Pi mal Daumen übersetzen. Also heißt aber eigentlich umgangssprachlich ein Projekt einer Person, deren Erfolg nur von kurzer Dauer ist. So, und es gibt einen, jemand, eine Gruppe aus Australien, die heißt, ein One-Hit-Wonder, die heißen Flash in the pan. So, und One-Hit-Wonder ist übrigens die Geschichte mit Jesaja 14,12, die jetzt hier natürlich von der Schlachter noch drinnen steht. Die jetzt hier von der Schlachter noch drinnen steht. Ja, wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern. Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, der eigentlich Hillel, leuchtender Glänzler, also Lucifer heißt, du Sohn der Morgenröte. Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nation, der Nationen. Ja, die hier noch in der Schlachter steht, weil eben das Übersetzungsprogramm erst anläuft und wir dann die König James ins Deutsche übersetzen wollen. Ja, so, und guck mal, deswegen ist dieses One-Hit-Wonder, der ist einmal aufgeschlagen. Wie oft fällt ein Engel? Ja, einmal, dann ist er ein gefallener Engel. Seine Städte wurde nicht mehr im Himmel gefunden oder die Städte aller seiner Engel. Übrigens, ein Drittel der Engel sind 33 Prozent, ne, 33. Ja, aber so viel dazu, dass man die Sterne nicht zählen kann, ne? Ja, ja, aber Prozent kannst du immer sagen. Wenn du nicht weißt, von wo, wenn du kein Drittel, ist immer ein Drittel, egal wovon, ne? Ja, ja, aber wenn es ein Drittel gibt, dann gibt es auch ein Ganzes. Ja, ja, natürlich. Wenn es ein Ganzes gibt, dann ist die Zahl bekannt und nicht unbekannt. Ja, uns nicht. Nein, uns nicht. Aber es gibt keine unendlichen Sterne. Das ist der Punkt. Unendliche Weiten. Ja. Auch ein Schiff-Entenscheiß. Ja, es gibt keinen Weltraum, das ist wieder eine andere Sache. Aber der Punkt, der Punkt ist doch nur, also den ich jetzt gerade machen wollte, ich hoffe, das kommt jetzt irgendwie drüber, wenn der Drittel der Sterne mit dem Satan runtergefallen sind, weil er die mit seinem Schwanz mitgezogen hat, dann ist es ein Drittel vom Ganzen. Und dann weiß man, wie viel das Ganze ist, weil er zieht ja nicht 33 Prozent mit, sondern er zieht ein Drittel mit. Ja. Und das ist eine bestimmte Zahl. Ja. Die uns zwar nicht bekannt gemacht wird, aber das werden wir alles lernen, wenn wir im Königreich unseres Herrn sind. Da könnt ihr euch darauf freuen. Die Wahrheit, die wir da lernen werden, da werden uns aber wirklich die Augen aufgehen. Ja, nicht nur die. Also, Flash in the Pen waren eine australische Band, die auf die Easybeats zurückging. Jetzt kommt's. Sie wurden einer der bedeutendsten Rock- und Pop-Produzententeams, also George Young und Harry Wanda, die beiden, ja, die hauptsächlichen Songschreiber, wurden einer der bedeutendsten Rock- und Pop-Produzententeams Australien. Unter anderem für John Paul Young, Love is in the air, und vor allem für die Rockband AC DC. John Paul Youngs Produzent George Young war der ältere Bruder der AC DC-Mitglieder Angus Young und Malcolm Young. Guck mal da, was für Zufälle immer da sind, wer immer so unheimlich, komischerweise, so Erfolg hat. Also, auf der nächsten Seite lernen wir. Die B-Seite von einem, von Hayes and Peter heißt Walking in the Rain in 1981, ein kleinerer Hit für Grace Jones. Die hatten wir ja auch schon mal, die Dame. So, und vor allen Dingen, ihr größter Erfolg in Deutschland, steht da weiter unten, war 1900, was weiß ich gar nicht mehr, 85, Midnight Man. Ja, Midnight Man, das kenne ich auch noch, ja. Ja, genau. So, aber wolltest du jetzt die letzten zwei Folgen in einer machen, oder wolltest du nochmal gleich eine Pause machen? Ich mache jetzt gleich eine Pause hinter Flash and the Pan. Ah, okay. Ja, das war noch mir wichtig, damit ich mal so eine runde Sache habe. Midnight Man, das kenne ich noch, das war so ein ganz interessanter Beat, den das Lied hatte. Ja, ja, tü, 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 genau. 12 Uhr, 12 Uhr, Midnight Man, Mitternacht Man, ist ja klar, 12 Uhr, klar, also Mitternacht, nicht 12 Uhr mittags, nicht Hi Nun, sondern Mitternacht. 12 Uhr, sie steigen ihre Treppe hinauf, sie drehen den Schlüssel, ist ja klar, man muss ja eine Tür aufmachen zur spirituellen Welt. Niemand ist da, niemand ist da, es ist kalt im Bett und da ist Feuer, niemand hat angerufen. Ich kann dir nicht helfen, aber ich kann verstehen, ich kann dir helfen in dein gelobtes Land, ich bin deine helfende Hand, dein Mitternachtsmann. Also glaubt man nicht, dass das jetzt irgendwo nicht spirituell oder jetzt geistig gemeint ist. Also das ist ganz klar, worum es hier geht. Und deswegen brauchen wir auch hier gar nicht, können wir auch hier skippen und skippen bis zu dem Bild, wo wir draufstehen, Midnight Man. Ja, da sehen wir nämlich das Schallplatten oder meinetwegen auch CD-Cover. Das war auch auf meiner Kassette drauf, als ich damals mit meinem ersten Opel Kadett durch die Gegend gefahren bin. Das ist eben hier Flash in the Pan, Midnight Man, der Mann trägt nicht umsonst Schwarz und die Frau sitzt nicht umsonst an einem roten Sofa und nicht umsonst ist da ein Vorhang. Aber gut, das ist wahrscheinlich alles völlig überinterpretiert, werden manche sagen, aber ich finde es auf einfach, ich finde es auf immer mal cool, dass man jetzt da so mal eine Reminiscenz hat an die Dinge, die man eben schon kennt. So, jetzt haben wir eben noch zwei, ja, gib mir noch vier Minuten ungefähr, dann machen wir den Cut. Jetzt haben wir eben noch die Geschichte jetzt hier mit der deutschen Versetzen dahinter her, die können wir jetzt auskippen. Aber Blackstar ist deswegen interessant, weil Elvis Presley auch Blackstar mal gesungen hat. Und zwar hat er gesungen, jeder Mann hat einen schwachsten Stern, ein schwachster Stern über seiner Schulter. Und wenn ein Mann seinen schwarzen Stern sieht, dann weiß er, dass seine Zeit gekommen ist. Blackstar, scheine ich auf mich, ja, schwarzer Stern, bleib hinter mir, scheine ich auf mich, ja. Das fand ich sehr interessant, diese Reminiscenz an Elvis Presley da. Ich kenne von ihm nur den blauen Mond, ich kenne nicht den schwarzen Stern. Ja, ich habe es halt hier gefunden und das ging halt einfach nur darum, dass man jetzt mal halt schaut, was da mit seinem Blackstar ist. Weil dieses Album halt eben ein Pentagramm zeigt, ist ja nun mal halt schon ein bisschen außergewöhnlich. Wenn er dann zwei Tage später stirbt und im Blackstar so eine Referenz mit enthalten ist, sind viele Menschen am spekulieren, woran es sich denn drauf beziehen würde. Und ich habe bis jetzt viele verschiedene Theorien irgendwo gefunden, aber ich habe eine ganz andere Auflösung der ganzen Geschichte. Außerdem ist Blackstar ja auch irgendwo ein Widerspruch in sich. Ein Stern ist ein Schein und gibt Licht und Black eben saugt alles Licht auf und es ist nur das Gegenteil. Also das kann ja nur wieder teuflisch sein. Naja, das ist ja ganz klar. Es muss auf jeden Fall okkult sein. Also darauf können wir uns glaube ich schon einigen. Es muss okkult sein. Es ist nicht irgendetwas, was dem normalen Menschen in irgendeiner Art und Weise jetzt einleuchten würde. Denn sonst wäre es nicht David Bowie. Das wissen wir schon. Aber vielleicht sollten wir auch die Auflösung mal für die nächste Folge, weil die nächste Folge, die wird hart. Die wird echt hart und brutal und das wird echt gemein. Also das ist dann nicht eine nette Folge, kann ich sagen. Aber dafür hat er es ja auch im Magic Shop hier produziert. Ja. Und deswegen glaube ich machen wir an der Stelle jetzt mal Schluss. Das war quasi immer so bei einem Blackstar Einleitung. Und Blackstar und die Auflösung und die hoffentlich letzte Folge zu David Bowie kommt dann, ja, ich kann das sagen nach der Pause, aber dann für euch halt in der nächsten Folge. Und vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank auch an eure Geduld. Und das ist halt eine ganz schlimme Geschichte, die hier mit David Bowie sein ganzes Leben lang gelaufen ist. Und wie schlimm die Geschichte ist, werden wir wirklich auflösen. Das zumindest meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach mag schauen, was der Jörg dazu sagt. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt schon mal von euch und sage, lest eure Bibel Maranatha und gebe weiter zum Jörg. Ja, und der sagt auch nicht viel anderes, weil ich bin gespannt auf die nächste Folge. Ich fand diese sehr interessant, wie ich alles interessant fand. Und es gibt halt immer wieder so diese Folgen, die Michael hier so vorbereitet und die einen dann irgendwie so, ich sage mal jetzt das englische Wort, flashen. Ja, aber ich sage von, ey, das kann doch nicht. Als Michael vorhin sich da die Mühe gemacht hat, die 25 Leute aufzuzählen, die da alle da zusammenhängen, da von King Crimson und mit dem Elon oder wie der da hieße. Brian Ewing, ja. Ja, zum Beispiel ist der schon beinahe mit Elon Musk. Wie die alle so zusammenhängen, da gehen einem wirklich die Augen über auf einmal. Weil, sagen wir mal, die hängen alle zusammen. Warum hängen die denn alle zusammen? Leute, es gibt keine Zufälle. Das ist die Verschwörung, von der die Bibel spricht. Habt ihr schon mal den Psalm, das Buch der Psalme gelesen, den zweiten Psalm? Ich mache es mal eben auf aus dem Buch der Schlachterbibel hier. Psalm Nummer 2 sollte man absolut kennen. Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Geseibten. Ja. Und das ist genau das, wo wir es hiermit zu tun haben. Wir sprechen jetzt hier nicht von Königen und Regierungspräsidenten, die sich zusammen mit dem Antichristen gegen unseren Gott verschwören, sondern wir reden von den ganzen gefallenen Engeln, die eben die Mitarbeiter sind. Wie es so schön heißt, im Buch der Epheser steht es, glaube ich, drin oder wo. Epheser Kapitel 2 oder was, der Satan ist verändert in einen Engel des Lichts und darum ist es auch nicht verwunderlich, dass seine Diener erscheinen als Diener der Gerechtigkeit und ihr Ende wird nach ihren Werken sein. Das sind genau die. Das ist doch Epheser Kapitel 2, dachte ich. Das ist Korinther 11,14 auch. Korinther 11,14? Ja. Das kriege ich jetzt nicht so leicht aufgeschlagen. Der kann kein Korinthen-Kacker sein. Nein, ich kriege das jetzt nicht so leicht aufgeschlagen hier mit Korinther, mit der Schlachter. Das ist so eine dünne Bibel. Nein, der Punkt, den ich machen will, ist, was hier in Psalm 2 steht und natürlich Bezug hat auf die Regierenden. Was sind denn die Regierenden? Das sind doch die Sterle, die wir haben in dieser Welt. Das sind doch die, zu denen die Leute aufgucken. Das sind die kontrollierende Macht in dieser materiellen Welt, in der wir leben. Und hier mit der satanischen Musikagenda ist das genau das Gleiche. Diese gefallenen Engel, die suchen sich Menschen raus, die sie besessen. Und wenn sie sie besessen haben, dann werden sie sie führen. Und glaubt mir ein Ding, und der Michael wird das sofort bestätigen. Die ganzen Künstler können die ganzen Dinge, die sie machen, nur machen, weil sie von einem Geist geleitet werden, der ihnen zeigt, wie das geht. Die Menschen selber können das gar nicht. Und das bringt genau in Erfüllung, was in der Bibel steht, auch über die wahren Christen, die sagen, ein wahrer Christ kann aus sich selbst auch nichts tun, aber mit Jesus können wir alles. Nur mit Jesus tun wir die guten Dinge und sie tun mit Satan die schlechten Dinge. Und die beiden kämpfen gegeneinander. Und dann sind wir wieder bei einer Bibelstelle, die weiß ich. Das ist Epheser Kapitel 6, Verse 10 bis 18. Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Gewalten und gegen die Mächte der Finsternis und gegen die Herrscher der Finsternis. Und damit möchte ich dieses Video, was inzwischen lang genug ist, auch gerne abschließen. Mit eben dem ganz deutlichen Hinweis, sowohl von mir als von Michael, von uns allen beiden gut gemeint, Lest eure Bibel. Maranatha. So many think God does not see their sin. Woe to those who think they can hide from Him. God is grieving, He knows and He's seen. Isaiah 29, Verse 15 Woe unto them that seek deep To hide their counsel from the Lord And their works are in the dark And they say, who seeth us And who knoweth us The eyes of the Lord are everywhere Beholding the evil and good Walk in the light Don't try to hide from the Lord Woe unto them that seek deep Woe unto them that seek deep Woe unto them that seek deep To hide their counsel from the Lord Woe unto them that seek deep Woe unto them that seek deep Woe unto them that seek deep Amen.